Ich möchte Ihnen heute ganz gerne zeigen, was sich im Zuge der Digitalisierung auch bei uns verändert. Wir haben eine ganz moderne App, die VW Banking App und über diese App können wir mobil Geld aus dem Geldautomaten herausbekommen, ohne eine Karte dabei reinstecken zu müssen. Das ist ganz einfach, Sie brauchen ein Smartphone, ein Telefon, auf dem die App installiert ist. Sie brauchen einen Geldausgabeautomaten, an dem Sie das Geld verfügen können, müssen dann letztendlich nur die App öffnen, den Bereich der mobilen Auszahlung wählen. Dann kriegen Sie eine MTAN, die kriegen Sie über den Geldausgabeautomaten, wählen dann ein Konto auf Ihrer App aus, einen Betrag, geben die PIN am Automaten ein und schon sind Sie um einige Scheine wieder reicher. Das ist eigentlich alles, was man dazu wissen muss. Das ist ganz einfach und wirklich sehr, sehr sicher. Ja, und noch einfacher ist es zukünftig, Rechnungen zu bezahlen. Sie laden sich die VW Banking App runter, legen Ihr Handy auf Ihre Rechnung, das Handy scannt Ihre Rechnung ein, die Daten werden automatisch in Ihrer VW Banking App erfasst. Sie drücken nur auf Prüfen, Sie bekommen eine MTAN zugesendet, automatisiert, geben die an und schon ist die Rechnung bezahlt.